Musik 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 Ein großes Held für Hugo! Musik 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 Was sagen die Fachleute? Du trinkst jetzt mit uns, Erich. Du bist jedes Befehl. Peter trinkt auch, wenn ihr trinkt. Halte Prost. Prost. Das war ein großes Rennen. Da kannst du sagen, was du willst, Erich. Aber die Franzosen waren besser. Die Messerinnen werden nicht immer Sieger. In 1969 war es genauso. Bote und den Schmölder in Führung. Und dann kam die ganz große Schiebung. Zahlen und noch eine Runde. Zahlen und die Maschen. Warum haben wir denn keine Musik mehr? Stimmung, jawohl. Sechs Doppelte. Du trinkst zu viel. Meine Sache. Wenn du sie anfassen musst, geh mit ihr in die Küche. Jetzt brauche ich nicht jeder zu fern, dass du was mit ihr hast. Auch meine Sache. Ruhe! Und weil es so schön ist, und weil es so schön bleibt soll, doch bald ist Schwartballerspreiser! Ruhe! 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 Ich gehe jetzt diesen. Du hast gut verhandeln. Ja. Und ganz wird getan! Ruhe! 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 Musik Schluss! Schluss geht's! Feierabend! Und der Arm! Geh auf! Feuer! So was passiert ist? Mütter es. Komm mal auf! Bleiben uns rein! Richtig! Auf Schuss ist bestimmt nichts! Aus! Weiter! Aus! Bitte Nacht, Luasa. Bis zum nächsten Mal, Jens. Fernando, wir ficken da noch einen. Morgen ist Sonntag. Man soll nicht übertreiben. Wie meinst du das? Das weißt du ganz genau. Petra? Mach mich nicht verrückt. Du bist noch auf? Ich hab auch viel gewartet und nur ein bisschen gearbeitet. Gleich zwei. Mach das Radio aus. Hab Krach genug gehabt. Es war bis hier oben zu hören. Aber sonst war ich ja wieder sehr schön für dich. Ich bin den ganzen Abend auf dem Bein gewesen. Ich bin fertig. Wenn ich dir noch was machen soll. Ich will nur noch ins Bett. Petra, vielleicht könnten... Lass mich in Ruhe. Ich bin müde. Das bist du immer. Als du euch aus dem Sechszeilen geflogen ist, hat er... ...hat er... ...hier gesessen! Zwei Tage! Und gehäubt! Alle kommen sie hier. Alle. Wenn Rennen gewesen ist... ...oder nicht... ...Budian... ...Korschenke... ...kann ich das Licht ausmachen. Du trinkst jetzt mit mir. Ich trinke nichts. Kein Schnaps. Kein Lachen. Kein gutes Wort. Nur noch Zacken und Wehklagen. Und Schmerzen. Das hast du vergessen. Ich hab den ganzen Tag Schmerzen. Schon gut. Ich bin nur noch ein Wrack. Deswegen verachtest du mich. Aber wer hat mich denn dazu gemacht, hm? Wer war denn das? Ich weiß. Ich bin ein Schwein. Du hättest mich gleich totfahren sollen. Dann brauchtest du dir das Elend jetzt nicht mehr anzusehen. Dann hättest du deine Ruhe. Dann könnte dir keiner mehr dazwischenreden. Warum fängst du wieder damit an? Wenn du einen Tag so leben müsstest wie ich! Hör auf. Ich bin doch mal fröhlich gewesen. Ich hab' lachen können. Ich hab' mich gern anfassen lassen. Ich hab' sehr gern gehabt. Du wirst aufhören! Jetzt bin ich nur noch eine Last. Und wenn's los wird, ich loswerden kann! Du wirst aufhören! Und wenn's los wird, ich loswerden kann! Du wirst den Geschlauch endlich zu dir holen kannst! Du wirst dich vom Längst ein! Wir versuchen es doch gar nicht mehr geheim zu halten! Jetzt haben wir doch jeden Tag nicht durch den Weg. Ich hab' keine Angst! Tust doch! Ich möchte, dass du mit der Arbeit aufhörst. Du sagst doch immer, wir brauchen das Geld. Du kannst auch woanders arbeiten! Da gefällt's mir aber! Nein! Nein! Ah! Ich hab' mich doch! Aus! Oh! 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 Cecil! Dieser Mann gefällt dir! Ich möchte schlafen! Man hat vielleicht nicht immer die gleichen Empfindungen für den anderen! Gefühle können sich ändern! Wichtig ist, dass man nicht vergisst, wo man hingehört! Willst du mir jetzt einen Vortrag halten, oder was? Ich möchte dir helfen. Du bist in etwas hineingestolpert, in das du vielleicht gar nicht hinein wolltest. Du bist noch jung. Du glaubst immer, du könntest etwas versäumen. Deswegen mache ich dir auch keine Vorwürfe. Aufwachen! Was ist denn los? Konnen Sie sich keinen besseren Schlafplatz aussuchen? Bin ich. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ich fahr gleich weiter. In Ihrem Zustand? Haben Sie den Wagen selber hergefahren? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Heute Nacht ist er mit seinem Wagen losgefahren, kurz nach zwei. Hier an dieser Stelle hat er noch mal gehalten. Ich hab's gesehen, vom Fenster aus. Na und? Das kann doch auch was anderes sein. Nein, nein, nein. Bevor er losgefahren ist, hab ich seine Frau gehört. Sie hat geschrien. Da ist niemand. In der Wohnung drüben auch nicht. Tag, Adi. Grüß Gott, Herr Savat. Na, wie geht's dir so, Adi? Danke, gut. Na, fein. Ich hab noch mehr beobachtet. Was hast du eigentlich vor? Ich will dir nur klar machen, was er für ein Mensch ist. Unterschreiben Sie bitte. Da unten. Dann kriegen wir ein Führerchen zurück. Nein, der Alkotest war positiv. Jetzt müssen wir noch das Ergebnis der Blutuntersuchung aufwarten. Sie sind doch gefahren, oder? Wahrscheinlich. Sollen wir Ihnen ein Taxi rufen? Bitte. Ihr Auto können Sie morgen da abholen lassen, wo es stehen geblieben ist. Was ist passiert? Was soll denn passiert sein? Nichts. Wo kommst du her? Wir haben ein furchtbares Ding weggehabt. Bin irgendwo hingefahren. Und deine Frau? Die muss drüben sein in der Wohnung. Da ist sie nicht. Dann ist sie weggegangen. Weißt du, was das ist? Sei lieb, lass mich in Ruhe. Das ist Blut. An der Tür vorne und im Hof überall ist Blut. Was kann ich dafür? Ich habe Kopfschmerzen. Heute Nacht hat eine Frau um Hilfe gerufen. Wer sagt das? Ich weiß es. Sie schallt öfter mal. Dreht bei jeder Kleinigkeit durch. Was hast du mit ihr gemacht? Was hast du mit ihr gemacht? Was willst du eigentlich? Was ist mit ihr los? Sag mir bitte, was passiert ist. Bitte. Gar nichts. Ich weiß es. Ich habe eine völlige Mattscheibe. Ich gehe schon. Ach, sie. Ist meine Frau da? Wollen Sie nicht reinkommen? Meine Frau wird nicht länger bei Ihnen arbeiten. Aber hört es doch hier sehr gut. Es ist besser so. Für alle. Was willst du? Du kommst mit nach Hause. Hast du noch alle? Heute Morgen hatten wir etwas besprochen. Lass mich in Ruhe. Sonst arbeitest du nie um diese Zeit. Also, das ist so. Ich kann arbeiten, wann ich will. Merkt ihr das? Das ist nicht klug von dir. Von dir schon lange nicht. Willst du noch was? Das war 64 Meilen an San Remo. Sauberter. Sauberter? Lange her. Ja. Und der da. Ach, der weiß ich schon. Der hat doch immer seine Freundin mitgehabt. Wie hieß er denn noch? Verkleine, Blonde. Ja, Blonde weiß ich nicht, ob sie war. Wie hieß er denn? Verhalten. Verhalten. Tatsächlich. Genau. Ein Gedächtnis hatte er fantastisch. Toll. Wo sind eigentlich die Niesel? Die sind ein paar Tage zu ihrer Schwester. Bis sie rausruhen. Das muss doch auch mal sein, ne? Erich! Dwo Doppelner! Prost! Prost! Prost Rando! 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 Wenn er die Niesel nicht hätte, könnte er den Laden zumachen. Das weiß er. Ja, hoffentlich. Was siehst du mich so an? Ich hab' ja nichts getan. Ich glaub' dir. Ich geh' an! Hallo, Frau. Was war? Ja, der ist schon gegangen. Vielleicht morgen wieder. Ich hab' gedacht, sie wär's. Du weißt hoffentlich, dass ich immer zu dir halten werde. Sind Sie der Herr von der Kripo? Ja, Heimat, guten Abend. Seifert. Sie haben bei uns angerufen, gell? Ja, dann wissen Sie, um was es geht. Kommen Sie mal rein. Danke sehr. Na ja, jetzt drehen wir mal eine Runde und Sie erzählen mir etwas. Ja. Könnten Sie vielleicht die Tür zumachen? Ach so, ja, natürlich. Erich, ganz kurz bloß, ist Liesl bei euch? Ja, war bloß mal ne Frage. Ist nicht so wichtig, wollt ihr aber was sagen? Ich meld' mich mal wieder. Ich meld' mich mal wieder. Wiedersehen. Ich weiß nicht, wo ich's noch versuchen soll. Mach' dich nicht verrückt. Das wird sich schon alles aufklären. Komm. Lass uns rübergehen. Ich brauch dich. Ich kann ja jeden Augenblick zurück sein. Siehst du das? Ich muss wissen, was passiert ist, sonst hab' ich keine Ruhe. Wo ist der Fundort der Leiche? Was ist die Todesursache? Es gibt keine Leiche. Das heißt, sie ist noch nicht gefunden worden. Am Montag ist immer allerlei los, nicht? Der Montag kommt immer so abrupt auf den Sonntag. Aber wenn mir dann noch jemand mit nem Mord ohne Leiche kommt, weißt du... Jetzt kriegen Sie erst mal nen starken Kaffee. Das bringt auch nicht viel, aber gib' mal her. So, ja. Und hier steht alles drin. Du liest mir's mal vor. Ja, das Föhn. Das Föhn heute, nicht? Kann mich nicht konzentrieren. Dem Bericht liegt die Anzeige eines Manfred Seifert zugrunde. 37 Jahre alt. Keine Vorstrafen. In der Nacht zum Sonntag hörte ich Manfred Seifert aus einer nahegelegenen Gastwirtschaft den Hilfeschrei einer Frau. Kurz darauf holte der Besitzer der Gastwirtschaft seinen Wagen aus der im Hof gelegenen Garage, fuhr zur Hofausfahrt, stieg aus... Stieg aus, ja. ...stieg aus und trug einen leblos wirkenden Körper zum Wagen. Er lud ihn ein und fuhr davon. Das kann auch ein Sack Kartoffel gewesen sein. Das hat der Seifert alles beobachtet, ja. Naja, von seinem Wohnzimmerfenster aus kann er den ganzen Hof überblicken. Kann er das, ja. Was erblickt er denn noch so? Am nächsten Tag er... Am nächsten Tag entdeckte ich am Hauseingang und vor der Hintertür der Gastwirtschaft Blutspuren. Blutspuren. Ich habe seine Aussagen überprüfen lassen. Also, die Blutspuren wurden an den angegebenen Stellen gefunden. Wörter! 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 Herr Seifert. Bis gestern. Bis gestern war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint für die Frau. Ich weiß. Die war ein bisschen nervös. Ist die Frau Frau zurück? Nein. Wiedersehen. Herr Neubauer! Ja? Kommen Sie mal bitte. Da ist jemand für Sie. Zum Wohl. Dankeschön. Sie sind sehr liebenswürdig. Sagen Sie, machen Sie hier nur die Bedienung oder sorgen Sie auch so ein bisschen für Ordnung? Sie stellen aber merkwürdige Fragen. Na ja, gestern waren im Treppenflur und am Hofausgang so komische Schmutzflecken. Heute sind Sie weg. Weggewischt. Ich habe sauber gemacht. Dann ist es gut, dass mein Kollege gestern noch ein paar Proben davon abgekratzt hat für das Labor. Guten Tag. Guten Tag, Herr Neubauer. Kösters, mein Name. Pretty tight. Ja. Haben Sie Zeit, sich im Moment zu mir zu setzen? Nellis! Bei Ihnen verkehren Ratsportler. Eheweilige und Aktive. Sind Sie früher auch mal reingefahren? Das ist lange her. Darf ich fragen, was Sie wünschen? Wo es Ihre Frau war heute Morgen? Deswegen sind Sie gekommen. Ja. Sie ist weggefahren. Wissen Sie wohin? Ich weiß nicht. Am Sonntag vor mir nach Hause kam, was ich nicht mehr darf. Passiert das öfter, dass sie wegfährt, ohne Ihnen Bescheid zu sagen? Es ist das erste Mal. Haben Sie vermissten Anzeige erstattet? Nein. Warum nicht? Sie wird wieder zurückkochen. Würden Sie so liebenswürdig sein, uns seinen Moment allein zu lassen? Bitte sehr. In der Nacht zum Samstag, gegen zwei Uhr, haben Sie noch mal Ihren Wagen aus der Garage geholt. Wer sagt das? Es gibt einen Zeugen. Es kann so gewesen sein. Warum wollten Sie so spät nochmal weg? Ich war betrunken. Ich erinnere mich an nichts. Dann erinnern Sie sich auch nicht, ob Sie jemanden im Wagen hatten oder ob Sie allein waren. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie sollen an der Rufausfahrt noch jemanden in den Wagen getragen haben. Ich weiß überhaupt nichts. Mein Kopf ist völlig leer. Haben Sie vielleicht Ihre Frau in den Wagen getragen? War Sie vielleicht verletzt? Das würde die Blutflecken im Hof und im Treppenhaus erklären. Haben Sie vielleicht daran noch einen Rest von Erinnerung? Auch wenn Sie mir nicht glauben. Es ist alles weg. Ich glaube Ihnen. Die einzige Möglichkeit... Ja. Die einzige Möglichkeit... Ja. Meine Frau ist gehbehindert. Sie ist überfahren worden vor fünf Jahren. Das war meine Schuld. Sie ist seitdem ein paar Mal gestürzt. Einmal so schlimm, dass ich sie ins Krankenhaus bringen musste. Und Sie meinen, Samstag Nacht könnte es ähnlich gewesen sein? Warum nicht? Wir haben nachgeforscht, ob der Wagen in der Nacht irgendwo gesehen worden ist. Am Sonntagmorgen ist er von einer Polizeistreife hinter der Großhässelower Brücke entdeckt worden. Können Sie sich wenigstens daran erinnern? Ja. Die Brücke ist von hier acht Kilometer entfernt. Auf dem Weg dahin gibt es aber keine Rettungsstationen und auch kein Krankenhaus. Nur ein paar Siedlungen und freie Felder. Was ist mit meiner Frau passiert? Das wollen wir herausbekommen. Und ich hoffe, Sie helfen uns dabei, Herr Neubauer. Warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast ihn angezeigt! Du hast mich dazu gezwungen. Du bist wieder zu ihm gegangen. Wenn du glaubst, dass du mich so zurückkriegst. Du bist so mies und so gemein. Er hat seine Frau umgebracht. Das hast du dir ausgedacht. Das weißt du doch selbst. Du hast doch dauernd erzählt, wer sie beschimpft und bedroht hat. Und wenn? Und wenn? Und wenn? Er ist mir immer noch lieber als du. Er ist ein Mann. Aber du kannst bloß Sprüche machen. Ich will dich nur vor dir selber schützen. Du weißt nicht mehr, was du tust. Du warst für alles eine Erklärung. Und wenn es die größte Schweinerei ist. Ich habe Angst um dich. Ich bin fast zuhause. Okay, und das war schon mal ein Einzelhalter. Ich bin schon eine starke Bescheid. Ich bin einfach zuhause. Ich bin schon mitgekommen. Ich bin jetzt nicht mehr, aber ich bin schon mal ein Problem. Ich bin sehr, wenn es auch eine gute Fantastik hat. Ich bin sehr, dass ich keine Familie so gut ausgedacht haben. Ja, wahrscheinlich ist er so gefahren wie wir eben, nicht? Heilmannstraße Richtung Pullach, bis er nicht mehr weiter konnte. Wahrscheinlich war er erschöpft, nachdem er das erledigt hatte, was er erledigen wollte. Sie meinen, nachdem er die Person, die er im Auto hatte, irgendwo hingebracht hat? Ja, und wenn die Person tot war, dann hat er sich einen Platz ausgesucht, wo sie nicht so schnell zu finden ist. Ist Ihnen noch was aufgefallen, als Sie den Mann aus dem Wagen geholt haben? Er war nicht vernehmungsfähig. Voll bis zum Rande. Bei uns im Wagen ist er gleich wieder eingeschlafen. Gut, wir melden uns, wenn wir noch eine Frage haben. Ja, schönen Dank, dass Sie gekommen sind, meine Herren. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen. Dann müsste also zwischen seinem Lokal und dieser Brücke hier eine Tote liegen. Ja. Vielleicht liegt es auch ganz woanders. Wo führen denn diese Gleise hin? Kufstein. Kufstein, Hinsburg, Brenner, Italien. Da kommen doch viele Züge vorbei, nicht? Natürlich auch Güterzüge. Jetzt stell dir mal vor, es wirft hier einer eine Leite runter, wenn ein Güterzug vorbeifällt. Das ist aber sehr gut zielen können. Ja. Auch Betrunkene oder Wahnsinnige, die schaffen sowas. Also stell dir vor, er wirft die Leiche runter in den fahrenden Güterzug. Da wird sie doch wahrscheinlich erst irgendwo auf einem Abstellgleis gefunden werden. Vielleicht bei Kufstein oder am Brenner oder so. Jetzt stell dir mal vor, der Güterzug, der führt Schrott oder Kohlen. Dann kann es doch sein, dass die Leiche in einer Presse endet oder in einem Ofen. Tja, die Leiche, die wir suchen, die gibt es dann vielleicht gar nicht mehr. Da gibt es vielleicht gar keine Leiche mehr. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, ich komme nicht wieder her. Warum? Weil ich nicht mit ansehen konnte, wie du sie behandelst. Es hat alles in den zwei Seiten. Wenn du von morgens bis abends hörst, was du für ein Scheißkerl bist. Versoffen, gemein. Sie hat dich eben sehr geliebt. Ich erinnere mich noch, wie sie dich immer angeschaut hat. Wenn du deine Geschichten erzählt hast. Veranundo. Glaubst du, dass ich irgendwas völlig Wahnsinniges tun könnte? Da musst du schon deutlicher werden. Horst du mir zu, dass ich dir was angetan habe? Wir sind einmal hier zusammengesessen. Ein paar andere waren auch dabei. Da hast du gesagt, jetzt habe ich genug. Sie muss weg. Wenn abendlang ist, sagt man sehr viel. Du hast mich ja gefragt, was ich meine, ne? Ich verstehe. Ich habe sie immer sehr gern gehabt. Der Mann war stockbetrunken, Köster. 2,7 Promille. Und trotzdem soll er noch so viel Verstand gehabt haben, dass er eine Leiche beseitigen konnte. Es gibt in der Wirklichkeit nichts, was der Logik streng entspricht. Was reden Sie denn da wieder für einen aufgeblasenen Quatsch? Nicht von mir, das ist von Nietzsche. Nietzsche? In welchem Blitternat sitzt denn der? Friedrich Nietzsche. Ach so. Der, na ja, der hat sich manchmal auch geirrt. Also, nachdem dieser Neumeyer... Bauer. Was? Nachdem dieser Neubauer seinen Rausch ausgeschlafen hat, kann er sich an nichts mehr erinnern. Das ist doch möglich. Möglich, möglich, aber nicht wahrscheinlich. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Täter mit seinem Opfer auch die Erinnerung an die Tat beseitigt. Ja, ich möchte darüber jetzt keine Diskussion führen. Bitte. Also, was ist mit den Blutspuren im Haus? Die entsprechende Blutgruppe der Frau. Haben Sie die Krankenhäuser abgefragt? Ja, aber ohne Erfolg. Ja, in Gottes Namen, wie wollen Sie denn jetzt vorgehen, Kirsten? Es gibt nur einen Weg. Wir müssen den Mann dahin bringen, dass er sich an das erinnert, was er getan hat. Und Sie glauben, dass er Ihnen dann seine Erinnerung auf den Tisch legen wird, nicht wahr? Wollen wir es hoffen. Polizei! Polizei! Wenn du es getan hast, dann lüg. Bitte. 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 ixeira! Den Sieger rund um den Henninger-Turm. Was wollen Sie essen? Sie sagten damals, dass Ihre Frau einen Unfall hat, an dem Sie nicht ganz schuldlos waren. Wie ist denn das dazu gekommen? Darf ich mich da hinsetzen? Bitte. Verschwinde. Ich habe damals noch eine Mannschaft betreut. War viel unterwegs. An manchen Abenden musste meine Frau das Lokal ganz alleine machen. Also, sie hat für meinen Sport nie viel übrig gehabt. Sie war gegen alles, was ich ohne sie gemacht habe. Sie wollte, dass ich mein Leben nur mit ihr verbringe. Wir hatten oft Streit deswegen. An einem Abend war es so schlimm, dass ich gesagt habe, ich hau ab, wie immer. Trinken Sie Wasser. Danke, im Moment nicht. Ich bin in den Wagen gestiegen. Sie hat sich in den Weg gestellt. Ich wollte mich aufhalten. Ich war nicht mehr nüchtern. Ich bin losgefahren. Sie war im Weg. Oh, Gottes Willen. Hat die Polizei damals gegen Sie ermittelt? Nein. Das hätte Ihnen aber als Mordsversuch ausgelegt werden können. Mich hättest du nicht umbringen wollen. Sie wollten nur, dass sie Ihnen Platz macht. Weil sie dem Weg stand. Aber sie stand Ihnen immer im Wege, nicht wahr? Er hat mir das Leben schwer gemacht. Und sie machte es Ihnen noch schwerer, nachdem Sie sie zum Invaliden gefahren haben. Sie hat mich fertig gemacht. Sie konnten sie nicht wegschicken, weil sie ein schlechtes Gebissen hatten. Sie mussten sie ertragen. Und langsam erschien ihm nur ein Ausweg. Sie musste ganz verschwinden. Was wollen Sie mir nur einreden? Ich will Ihnen doch nichts einreden, Herr Neubauer. Ich will nur wissen, was mit Ihrer Frau passiert ist. Das wollen Sie doch auch. Vielleicht habe ich manchmal gedacht. Es ist besser, wenn sie von Ihren Leiden erlöst würde. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die sowas noch nicht gedacht haben. Herr Neubauer, dass es besser wäre, wenn der Tod uns von jemand erlöst, der unserem Glück oder unserer Karriere im Weg steht. Der Tod kann Probleme lösen. Und nur die angeborenen oder anerzogenen Hemmungen, die Angst vor Schuld und Strafe, die halten uns zurück, unsere Wünsche in die Tat umzusetzen. Aber manchmal sind die Hemmungen weg, wenn wir betrunken sind, zum Beispiel. Und dann kommt der Wunsch, den anderen tot zu sehen. Als Sie Ihre Frau angefahren haben, da waren Sie betrunken. Und vor vier Tagen waren Sie es wieder. Um halb zwei ist doch der letzte Gast aus dem Lokal. Was tun Sie dann, wenn hier Schluss ist? Ich hole mal auf, meine Frau macht die Kasse. Hier in diesem Raum? Ja. Jetzt stellen Sie sich mal die Situation vor, Herr Neubauer. Wo standen Sie und wo stand Ihre Frau? Ich kann nicht, lassen Sie mich hier nur. Wir haben ja Zeit. Ich komme mal wieder, Herr Neubauer. Guten Tag. Herr Seifert? Ja. Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Kommen Sie wegen der Mordsache. Mordsache. Zunächst gibt es nur einen Mordverdacht. Bitte. Dankeschön. Ihr Kollege hat von mir einen genauen Bericht bekommen. Ja. Sie haben Ihre Anzeige aus dem Gefühl der Verantwortung herausgemacht, nicht? Ich halte Herrn Neubauer für gefährlich. Ich wollte verhindern, dass er weiter Unheil anrichtet. Mhm. Ist das das Fenster, an dem Sie in der Nacht gestanden haben? Nein, es ist das Fenster im Schlafzimmer. Darf ich da mal hingehen? Ja. Sie lieben Fische, ne? Herr Neubauer ist gegen zwei Uhr nachts weggefahren. Da ist dunkel. Wie konnten Sie da so viele Einzelheiten erkennen? Die Scheinwerfer des Wagens brannten. Sie haben die ganze Hausfund erleuchtet. Ah ja, natürlich. Und als Sie sahen, dass der Herr Neubauer eine leblose Person in den Wagen tog, da haben Sie natürlich sofort an ein Verbrechen gedacht, nicht? Ich hatte ja vorher den Hilfeschrei der Frau gehört. Mhm. Ja, warum haben Sie da die Polizei nicht sofort angerufen? Sie haben doch Telefon. Man hat doch Hemmungen, einen anderen so schwer zu beschuldigen. Man überlegt doch, ob man so etwas tun darf. Ja, ja. Was Sie zurückhielt, war wiederum Ihr Verantwortungsgefühl, nicht? Das Wort ist vielleicht ein bisschen zu groß. Mhm. Persönlich haben Sie nichts gegen Herrn Neubauer. Wie meinen Sie das? Sie haben nicht ein Ressentiment oder sowas? Ich habe sehr viel gegen Herrn Neubauer. Aber ich hätte nicht angezeigt, wenn ich meiner Sache nicht so sicher gewesen wäre. Sie sind einfach sehr gewissenhaft. Soll ich warten? Nicht nötig. Danke, Fernando. Schon gut. Wunderschöne. Sie sind einfach nicht hier. Er braucht dich wohl nicht mehr. Das Lokal ist heute geschlossen. Das wird es auch vorläufig bleiben. Freu dich nicht zu früh. Du wirst dich langsam an den Gedanken gewöhnen müssen, dass die Sache aus ist. Das ist sie noch lange nicht. Du wirst sie noch alle vier Wochen in der Strafanstalt besuchen können. Aber wie ich dich kenne, wirst du davon bald die Nase voll haben. Wenn du wüsstest, wie widerlich du bist! Ich erwarte nicht, dass du so schnell wieder zu mir zurückfindest. Die Sache war wahrscheinlich zu ernst für dich. Du hast ihn ja wohl geliebt. Das tue ich auch noch. Ich bin verrückt nach ihm, damit du es nur weißt. Ich brauche ihn. Es wird der Tag kommen, an dem du mir dankbar sein wirst. Dass du ihn angezeigt hast, ja? Das werde ich dir nie verzeihen. Moment. Denken Sie doch noch mal nach. Das Lokal war geschlossen. Ihre Frau die Kasse gemacht. Haben Sie sich da unterhalten? Kann sein. Haben Sie sich gestritten? Weiß ich nicht. Hat das Licht überall gebrannt? Nur hier vorne. War das so? Ja. Ich glaube, ich habe erzählt von den Jungs, von Eddie. Und Ihre Frau? Die war immer sauer, wenn Sie von ihrem Sport erzählt haben, nicht wahr? Ja. Und das hat Sie wütend gemacht? Ja. Was haben Sie dann gesagt? Du trinkst nicht. Du lachst nicht. Und Sie? Er fing plötzlich an. Er hat geredet und geredet. Hat mich runtergemacht und beschimpft. Dass ich sie kaputt mache. Dass ich sie loswerden will. Dass ich... Was? Dass ich die andere habe. Dass ich sie zu mir holen will. Und das ging immer weiter und weiter und weiter. Bis Sie es nicht mehr hören konnten, nicht wahr? Was haben Sie ihr dann gesagt? Hör auf. Du sollst aufhören. Aber die hat nicht aufgehört. Bis Sie sich plötzlich gegenüberstanden. So wie wir jetzt, ja? Und dann? Ich habe... Ich habe... Ich habe sie... Ich... Ich weiß nicht. Wir beiden werden das schon rausfinden, was da war. Ich habe... Ich habe... Ich habe die... Wer war das? Die Polizei? Soll ich dir was zu essen machen? Willst du schlafen? Magst du mich noch? Ich habe immer Mädchen gehabt. Aber die haben nicht hier gearbeitet. Meine Frau hat sie nicht gesehen. Oh, aber mit uns, da ist es doch ganz was anderes. Wir hätten es nicht tun dürfen. Weißt du, was du da sagst? Soll ich sagen, ist das alles großartig? Vielen Dank. Aber du hast sie gehasst. Das tue ich immer noch. Aber sie ist meine Frau. Sie ist immer noch meine Frau. Und was ist mit mir? Du gehst am besten nach Hause. Für immer. Geh! Geh! Musik Ja? Wer sind Sie? Woher haben Sie meine Nummer? Ja. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie mich anrufen sollen? Ja, danke, ist gut, ich komme. Danke. Ich habe ihr die Krücke aus der Hand gerissen. Und ihr hätt geschrien. Tu's doch. Warum tust du's nicht? Ich habe zugeschlagen. Einmal, nochmal. Bis sie still war. Sie hat auf dem Boden gelegen. Ich bin zum Wagen gerannt. Dann sind Sie losgefahren und an der Hofausfahrt haben Sie noch mal gehalten. Und da haben Sie Ihre Frau in den Wagen getragen. Und dann sind Sie zu der Eisenbahnbrücke gefahren. So muss es gewesen sein. Dann haben Sie gewartet, bis ein Zug kam. Und haben die Frau runtergeworfen. Aber... Vielleicht ist das auch ganz anders gewesen, ne? Hm? Kommen Sie morgen früh in mein Büro, bitte, ja? Herr Heimann wird Sie abholen. Trinken Sie jetzt nichts mehr. Gehen Sie schlafen. Entschuldigen Sie. Ja. Was ist denn los? Nichts besonderes. Ja. 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 Wenn was ist. Ich... Du kannst dich auf mich verlassen. Ich meine, wenn die... Dass die Pokale und die Bilder nicht wegkommen. Hm. Reib. Ehrlich? Reib. 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 Das war's. 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 tanzen. Das war's. Das war's. Das war's.